Überraschende Wende. Staatsanwalt zweifelt an Machetenangriff auf Neonazi. Chemnitz, Sachsen. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Vor zwei Wochen gab ein polizeibekannter Neonazi, 29 an, im Chemnitzer Stadtpark überfallen worden zu sein. Die maskierten Täter hätten ihm drei Finger mit einer Machete abgehackt. Jetzt die überraschende Wende. Am Montag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass gegen den Mann wegen Vortäuschen einer Straftat und gegen einen weiteren Beschuldigten wegen schwerer Körperverletzung ermittelt wird. Hat sich der Neonazi also die drei Finger absichtlich abhacken lassen? Die Wohnungen der beiden Beschuldigten wurden am 24. August durch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen, der Bereitschaftspolizei sowie der Polizeidirektion Chemnitz durchsucht und Beweismittel gesichert, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden unter anderem auch per Zufall geklaute Gegenstände aus einem vorausgegangenen Wohnungseinbruch entdeckt und sichergestellt. Die beiden Beschuldigten lassen sich bislang zu den Tatvorwürfen nicht ein. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln weiter. Bis die Beweismittel ausgewertet werden, wird es noch einige Zeit dauern. Der zunächst wahrscheinliche Verdacht für eine politisch motivierte Straftat hat sich für die Sokolinks im Landeskriminalamt Sachsen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigt. Die Beweismittel ausgewertet werden, wird es noch einige Zeitpunkt nicht bestätigt.